Hallo liebe Freunde der digitalen Spieleunterhaltung, willkommen zu meinem zweiten ersten Mal. Ich hoffe diesmal halte ich länger durch, ein Schäden, wer Böses denkt. Wir spielen heute Yakuza, Laika, Dragon. Ich habe bis jetzt eine Stunde gespielt und denke mir einfach nur, wow, stark. Es macht Spaß, ich kann bis jetzt wirklich nicht viel außer Essen schlagen und ausweichen und habe ein kleines Quicktime-Event gemacht und genau hier steigen wir ein und dann schauen wir mal was wir jetzt noch alles verbrechen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ein Verbrecher, ich weiß gar nicht was ich spiele, außer diesen Typen hier im lila Anzug und kann ich eigentlich laufen? Wir haben gerade irgendeine Quest gemacht, wir haben einen netten Kerl verprügelt, der uns verprügeln wollte, Klassiker, wer kennt es nicht, klassischer Montagmorgen und kann ich jetzt hier irgendwie laufen? Ah, da kann ich laufen. So, und wir wollen zu dieser lila Markierung auf der Karte und dann schauen wir mal. Ei, 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 der läuft aber komisch. Hey there, Ichi. You kept me waiting. Have a drink with me, will ya? It's New Year's Eve! Wei, please don't tell me you were just looking for a drinking buddy. What? You were the only guy I knew who wouldn't have anywhere else to be on New Year's. Are you serious? Bezaubernd. Sehr anmutend. Muss man... muss man lassen. Äh... Helfen, Strengschiff. Was ist dieses Spiel? Äh... Komm, wir sind ein böser Geldeintreiber. Jetzt gibt's den bösen Zeigefinger. Alkoholism ain't no laughing matter. You want to end up dead? Ah, I'm sorry, Honey. I do appreciate it. Gerne, ich schimpf dich immer wieder aus. Alles klar, wir leveln unsere Persönlichkeit. Güte, Intellekt, Stil, Leidenschaft, Selbstvertrauen und Charisma. Also mit diesem lila Anzug oder Malve oder was auch immer das für eine Farbe ist, sind wir eh bei Stil Level 100. Aber, ja, machen wir. Persönlichkeit. Ja, machen wir auch. So, neuer Questmarker wahrscheinlich. Ja. Äh, da wir laufen. Äh, der läuft... Also gerade laufen kann der glaube ich nicht. Äh... Perfect timing. We've got a huge problem. What's wrong? The toilets all clogged up and we can't find a plunger anywhere. A plunger? Klar. Was denn sonst? Ja, ich weiß, was es ist. Aber komm, wir sind Yakuza, nicht dein Handyman. Well, entschuldige mich. Ich glaube, es war nicht ich, der... Geh mir die Scheiße an. Oh, du hattest Erkrankungen bis zum 5. Grad. Einen Mal. Und mein Stomach hat mich den Tag töten. Herrlich. Also ich geh einen Pümpel holen. Dieses... Saugding. So, jetzt. Der hat ein Messer. Ist aber nicht so nett, mit dem Messer zu Schießerei zu kommen. Ne. Wir lernen was. Skills. Können wir das Spitalien ausgelöst werden? Es gibt drei Arten. X drückst. Alles klar. Drücken im richtigen Moment. Y. Okay. Äh, Skills. Y. Geballte Faust. Whee! Äh, ähm, wo wir ausweichen. Ach so. Haha, stimmt ja. Das ist ja alles nett rundenbasiert. Ich kann nur eine Sache machen. Ich kann während des nicht ausweichen. Doch, jetzt kommt irgendwas. Perfekte Deckung. Gleichzeitig B. Okay. Wir machen nochmal die geballte Faust. Aber nicht auf den. Der ist ja schon fast tot. Ja. Ja. Obwohl. Sicher ist sicher. Ich halte doch B. Hm. So, kann ich die auch, äh... Okay, wir haben nur die geballte Faust. Dann... Geballten, Fausten, wir weiter. Wie. Ich weiß nicht, welches Messer der dabei hat. Ein Schweizer Taschenmesser ist es nicht. Weil nur mit einem Schaden... Mh, noch. Der ist echt wenig. Ist betäubt. Extra Runde. So, direkt. Nochmal. 240 Yen. Keine Ahnung, wie viel das im Euro ist. Ich glaube, wenig. Yen ist, glaube ich, echt... Echt nicht viel wert. Erfahrung, Job-Erfahrung. Job-Erfahrung. Verprügel drei Leute, du wirst gut in deinem Job. Genau, holen wir den Pömpel. Das wollten wir auch... Eigentlich machen. Wer kennt's nicht? Eigentlich wollten wir Kloshauer machen und geraten in die Schlägerei mit drei Typen. A Toiletplunger? Yeah. If you have one, could you run into Shangri-La? Just buy one for them. They raised you for crying out loud. Also, wir sind Geldeintreiber? Schläger? Ja. Keine Ahnung. Ausnüchterungshelfer? Klorreinigungsbeauftragter und Babysitter anscheinend. Und Pfleger. Ah. Fukuhila-Man ist auch wieder da. Den habt ihr nicht gesehen, mit dem habe ich vorhin schon gequatscht. Sehr schönes gesungen. Ich will gucken, was in diesem Games-Studio spielt. Sind wir schon da? Können wir da rein? Ja. Spielehalle. So. Willkommen zu Hause. So. Gucken wir mal, was wir haben. Virtual Fighter V Final Showdown. Alles klar. Ähm. Space Harrier. Fantasy Zone. Und Virtual Fighter 2. Leicht und in schwer, oder? Normal. Wir gehen mal zu dem Ding hier hinter. Da, ähm. Hallo? Hallo? Jetzt aber! Mach doch! Danke. Okay. Kostet nur 100 Yen pro Junde. Vielleicht spiele ich... Ja. Ja. Legen wir los. Okay. Wirklich, ähm. Insert. Ähm. Menü. Wow. Was muss ich überhaupt machen? Aha. Aha. Ähm. Ich glaube, das war nicht so gut. Wow. Alles klar. Wir bleiben auf Dauerfeuer. Ja. Dauerfeuer. Das, äh. Backtrack to go. Aber das Spiel passt zu diesem Spiel. Das, äh. Okay, war nett. Aber das lassen wir lieber. So. Lauf. Lauf, Forrest. Lauf. Ringrichter beim Straßenkampf. Armonie. Ist aber nicht so nett mit dem Vorschlag. Das haben wir. So. Ähm. Faust. Die war doch nicht so schlecht. Ja. Die ist nicht... Können wir die nochmal machen? Ich weiß ja nicht, wie wir diese Mana-Punkte dann je regenerieren. Aber... Jetzt haben wir noch 6. Ja. Dann können wir das wohl nicht mehr machen. Dann halt... Äh. Normal. Reicht. 800 Yen. Ja. Haben wir gut gemacht. Einfach als... Stufe 3. Nächster Job. Ja. Das... Äh. Wir sind voll gut. Auf jeden Fall. Wir sind immer noch im Kapitel 1. Klar. Ey. Wie viele Cutscenes sind das denn? Ja. Ich bin fertig. Ja. Theaters. Ja. Und gehen zurück zum Büro. Klingt gut. Ja. 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 Ich weiß, was der sagt. Ja. Ich könnte... Ich sollte Mentalist werden. So. Jetzt können wir mal wieder. Jetzt machen wir mal was, bevor wir weitermachen. Sonst rennen wir noch in die 100. So. Schauen wir mal auf die Karte. Was? Da oben sollen wir hin? Was können wir machen? E... Bisupan. Keine Ahnung. Irgendwas mit Kämpfen. Einkaufen. Popot... Spielen waren wir schon. War nicht... War nicht von Erfolg geprägt. Gehen wir essen. Äh. Hier. Humulus. Ich nehme mal. Hallo? Hallo? Okay. Da will keine Kunden. Alles klar. Da. Jetzt. Jetzt. Hier. Da haben wir es doch. So. Und... Achso. Wir müssen nur zur Frau an der Kasse. Klar. Ja. Reden. Hallo. Hui. Wie viel Geld haben wir? 2300... Da haben wir dann doch nicht so viel in der Tasche drin. Ah. Hiermit können wir unser Zeug auf... Okay. Lindert Verbrennung. Lindert Verbrennung. Erkältung. Lindert gelähmte Muskeln. Entfernt Gift. Hilft bei Blutung. Hilft zum Ausnüchtern. Tag. Attacke. Das klingt alles gut. Alles. Rein. Hau raus. Uh. Wir haben gar nicht mehr so viel. Ah. Nee. 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 Ja. Was hat ihr jetzt gesagt? Ach. Verdammt. Ja. Man soll doch nicht alles. Zu sehr. So. Und zu dem Schild- und Schwert-Typen gehen wir noch. Wo war der? Hier unten kann ich, ähm... Pin platzieren. So. Ah. Sehr schön. Da weiß ich zumindest mal, wo ich langlaufen muss. Roter Pfeil. Können wir. Was? Ah. Straßenschlägerei. Klassiker. Ähm. So. Gewalte Faust. Standardangriff. Kennt jeder. Zack. Fertig. Mach den Kopf zu. Und wir kriegst sogar Lachs-Uni-Giri. Hat halt auch nicht so viel gebracht. Aber er wollte. Er hat angefangen. Ne? Eishockey hat uns auch schon beigebracht. Starte keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Ne? Wenn man kämpfen will, dann auch... Ist ja die falsche Seite. Halt, stopp. Ganz so gut war der Pin dann doch nicht. Ja. Schleichweg. Naja. Halt, stopp. Da wollen wir rein. Ich dachte, hier krieg ich Waffen. Aber wir haben eh kein Geld mehr. Das war vielleicht gar nicht so stauschen, um das auch zu... Ich will was kaufen. Ich kann auch verkaufen. Alter. 2,5 Millionen für... ...ein Pack voll Karten. Schön. Wein. Flächiger Strohhut. Ach, gibt uns... Ah. Irgendwann verkaufen. Dann verkaufen wir ein bisschen was. Das können wir verkaufen. Also wären wir nur da. Toll. Ja, dann wird das leider nichts. Dann sparen wir mal auf 2,5 Millionen. Klassiker. Auch wenn ich denke, dass es eher so ein Endgame-Ziel ist. Lauf. Zum Glück fahren in diesem ganzen Spiel nirgendwo Autos. Zumindest hier nicht. Aber vielleicht ist es ja auch einfach eine Fußgängerzone. Wer weiß das schon. Kann kein Japanisch. Oh, die zwei suchen nach Ärger. Ja. Die sehen uns auch schon direkt von hinten. Aber das ist auch nicht so wild. So. Gedrückt halten. Ach, wir können auch fliehen. Naja, wollen wir nicht. Komm, mach. So, zack. Drauf. So. Ruft jemanden an? Ach so, jetzt kriegt er Unterstützung oder was? Ach so, da ist er ja schon. Kapitalistischer Rächer. Ja, dann nochmal. Ja, mach den weg. So. Ausfrust gegen dich. Machen wir mal einen normalen Angriff. Mal gucken, wie viel wir machen. Reicht ja. Ich mach nie wieder Special. 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 Special Sachen. Brauch ich nicht mehr. So. So. Ey, jetzt wollen aber viele kämpfen. Was ist denn los? Ich kann ja nicht mehr über die Straße laufen. Ich habe nichts gemacht. Aber egal. Normaler Angriff reicht. Ist ja schon fast Grinding, was ich hier mache. So. Ah. Jetzt sind wir bei den Kollegen wieder. Bei Fukuhila man. Mitsu. Ja, zurückgehen. Hast du dich von dem Porno-Händler gekümmert? Das habt ihr nicht gesehen. Am Anfang haben wir irgendwem irgendwelche Pornos abgenommen. Also, wir haben die Filme nicht gesehen. Auch wenn das Format vielleicht von den Namen her erscheinen lässt. Nein. Haben wir ihn abgenommen, den bösen Buben, weil er das aneben Schüler hier verticken wollte. Aber wir als weißer Ritter, der Robin Hood der Schüler, haben wir ihr Taschengeld wiedergebracht. Klassiker. So. All the money is there. Including interest. Wow. Excellent work. Is that what you thought I would say? This bill strap is from the young master's bank. Ichi. What's the real story? There. There is no real story. The young master gave that to me. I swear. He gave it to you. Or did you beg him for it to make quota? Begging for scraps won't fix your incompetence. I didn't beg. I have too much pride to pull something like that. You have pride? When you can't earn for the family? What's that look? Pretending it didn't hurt. You don't even know pain. Not for a yakuza anyway. A yakuza takes real responsibility. Hey! Bring me the knife. You don't know. You don't know. You don't know. You don't know how real yakuza atone? Fine. I'll show you. If you're lucky, it'll slip right between the joints for a clean cut. If you're lucky. Good to see you, boss. Welcome back, boss. Welcome back, sir. Ichi, walk with me. Yes, sir. So, bisschen gequatscht, bisschen sich geprügelt. Und trotzdem bin ich schlau geworden, was in diesem Spiel noch alles passiert. Aber es ist herrlich abgedreht. Es macht Spaß, wenn nicht so viele Katzins wären. Also mich zumindest. Wenn man sich da Zeit lässt, wird es garantiert auch besser von der Story her. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch mein zweites erstes Mal sehr gefallen hat. Oder das Spiel. Wenn ihr mich nicht mögt, ist das zwar schade, aber dann ist es halt so. Dann weine ich ganz stark. Nein, tue ich nicht. Ihr mögt mich garantiert. Doch, eben. Doch, ja. Das rede ich mir jetzt ein. Nein. Also, in diesem Sinne. Wie heißt das Spiel nochmal, das Nette? Yakuza Like a Dragon. 13. November. Verpasst das nicht, wenn ihr darauf steht, jetzt kennt ihr es ja. Und ich kenne es auch. Mal gespannt, welches Spiel als nächstes auf mich wartet. Wo ich dann wieder reingeworfen werde. Und dann sehen wir uns spätestens dann. Bis dahin. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Tschüss. Irgendwie so. Irgendwie nochmal. Ein bisschen kürzer probieren. Ja, mach mal. Ich trinke noch kurz was. So, das war jetzt Yakuza Like a Dragon. Ich habe es doch vorher nie gespielt. War aber doch relativ lustig. Es sind vielleicht ein paar zu viele Cutscenes für mich. Aber es ist relativ lustig. Aber ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Oder allgemein dieses Video. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein zweites erstes Mal gefallen. Bin gespannt, in welches Spiel ich als nächstes geworfen werde. Bis dahin. Bleibt gesund und macht es gut. Tschö. Bis dann сказать, jetzt geht's knight. Bis dann Erfolg. Gra quirky. Wie erinnigt hat. Da ist ein Zugpricht. Bis dann bis dann bis dann. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020